Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies wäre die Stelle, an der wir eigentlich ursprünglich Ihr Grußwort, Herr Ministerpräsident, vorgesehen hätten, auf das wir auf keinen Fall verzichten wollen, wo wir aber davor einen Programmpunkt neu einschieben wollen, von dem wir erst seit einer Woche wissen, dass wir das auch können. Es ist mir eine besondere Freude und auch eine Erleichterung, Ihnen sagen zu können, dass wir nun zunächst die feierliche Übergabe des Leibniz-Preises an Frau Dr. Professorin Dr. Britta Nestler nachholen können. Die meisten von Ihnen, auch Frau Wanka und Frau Quante-Brandt, wissen, im März diesen Jahres hat die DFG die Verleihung des Leibniz-Preises, den der Hauptausschuss Frau Nestler im Dezember 2016 zugesprochen hatte. Sie hat die Verleihung dieses Preises sehr kurzfristig und mit größtem Bedauern auf ausgesetzt. Es waren Vorwürfe gegen Frau Nestler anonym an uns herangetragen worden, die jedenfalls einer sorgfältigen und sehr detaillierten sachlichen und auch rechtlichen Prüfung bedurften. Diese Vorwürfe haben der Prüfung in keiner Weise standgehalten. Sie sind vollständig ausgeräumt. Gleichwohl war es eine traurige Situation und auch eine bedrückende Zeit. Umso glücklicher macht es uns alle, dass die deutsche Forschungsgemeinschaft Ihnen, liebe verehrte Frau Nestler, heute in aller Form den Leibniz-Preis verleihen darf. Wir wollen das in diesem festlichen und in diesem öffentlichen Rahmen tun, um Sie zu ehren, um Ihnen jenen Respekt zu zollen, der Ihnen aufgrund Ihrer herausragenden wissenschaftlichen Leistungen gebührt und schließlich, wenn Sie erlauben, auch um zu zeigen, dass es ein guter Tag für den Leibniz-Preis selbst ist. Holen wir also das nach, was eigentlich schon vor vier Monaten hätte geschehen müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie schon mal bei einer Leibniz-Preis-Verleihung waren, dann wissen Sie, es folgt ein kurzer Film, der die Leibniz-Preisträgerin Britta Nestler porträtiert. Und dann wird der Preis begründet und verliehen mit allem, was dazugehört, einschließlich des Zuwendungsbescheids. Film ab, bitte. Wir arbeiten in der computergestützten Materialforschung und entwickeln neue Werkstoffe für die Zukunft und versuchen, Prozesse zu optimieren. Wir haben mal begonnen mit metallischen Legierungen und Gießprozessen in der Herstellung. Mittlerweile, in den letzten zehn Jahren, hat sich unsere Methodik sehr stark verbreitert, sodass wir inzwischen einen ganzen Blumenstrauß aus verschiedenen Anwendungen betrachten können. Das Wesentliche der Forschung ist, dass man mit Höchstleistungsrechnern die Materialmodelle lösen kann und somit große Ausschnitte einer Mikrostruktur auflösen kann, um dann daraus statistische Aussagen zu treffen, was man am Werkstoff verbessern kann oder was man auch an dem Herstellungsprozess bzw. Weiterbearbeitungsprozess verbessern kann. Aus meiner Sicht bewegt sich die computergestützte Materialforschung weiterhin in die Richtung Multiphysik, Multiskalenmodellierung und dann wird der Einsatz von Höchstleistungsrechnern immer bedeutender, um diese Komplexität der Modelle dann zu lösen. Also Sie dürfen da klatschen. Applaus Britta Nestler, jüngste Professorin Deutschlands bei ihrer Berufung an die Hochschule Karlsruhe vor 15 Jahren arbeiten, die weltweit zu Hunderten zitiert werden, zahlreiche, zahlreiche Preise darunter die Richard von Mises Preis der Gesellschaft für angewandte Mathematik und Mechanik, der Landesforschungspreis des Landes Baden-Württemberg, mehrere Rufe, die an Frau Nestler ergangen sind, die sie abgelehnt hat. Schon das ist eine nur sehr ausschnitthafte Auflistung, die zeigt, Frau Nestler gehört heute zu den größten, zu den großen Ausnahmetalenten, den größten ihres Faches und zwar weltweit. Wir ehren mit ihr heute eine der besten Simulationsforscherinnen unserer Zeit, die das Feld der computergestützten Materialforschung in den letzten anderthalb Jahrzehnten entscheidend entwickelt, geprägt, vorangetrieben hat. Auch deshalb, weil sie in ihrer Forschung, die sie seit dem Jahre 2009 am Karlsruher Institut für Technologie betreibt, weil sie mit ihrer Forschung konsequent erkenntnisgeleitete und anwendungsorientierte Forschungsperspektiven aufeinander bezieht und damit beide Seiten dieses Bezugs- und Spannungsfeldes gleichermaßen befruchtet. Von den zahlreichen Beiträgen und Leistungen Frau Nestlers hat der Nominierungsausschuss für den Leibniz-Preis dabei in Sonderheit drei hervorgehoben. Erstens, es gelang Frau Nestler schon in jungen Jahren mit der Formulierung quantitativer Phasenfeldansätze für mehrkomponentige Systeme eine ganz wesentliche methodische Neuerung, die den Weg gebahnt hat für die Anwendung entsprechender Methoden in der Werkstoffentwicklung. Zweitens hat sie grundlegende Beiträge zum Umgang mit drei Phasengrenzen sowie zur stringenten Abbildung von diffusen Grenzflächen auf scharfe Grenzflächen geleistet. Ihre diesbezüglichen Arbeiten sind heute zentrale Referenzpunkte der internationalen Forschung. Und drittens hat Frau Nestler ihre Expertise auch bei der Anwendung ihrer Methoden in den Ingenieurwissenschaften unter Beweis gestellt, insbesondere im Kontext einer integrierten, computergestützten Materialentwicklung und Materialforschung, einem Feld, in dem sie heute dank ihrer mikrostrukturbasierten Simulationsmethoden eine Schlüsselstellung einnimmt. Ihre Arbeiten grafen dabei immer weit auch über die Werkstoffentwicklung im eigentlichen Sinne hinaus. Meine Damen und Herren, mit Ihren Studien setzt Frau Nestler seit Jahren Maßstäbe in der computergestützten Materialforschung. Immer wieder hat sie hier neue Wege und Richtungen gewiesen und gebahnt, Wege und Richtungen, die weithin sichtbar sind. In Anerkennung dieser Leistungen erhalten Sie, verehrte Frau Nestler, heute den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit unser aller und meinen persönlichsten herzlichsten Glückwünschen. Kommen Sie bitte auf die Bühne. Vielen Dank. Vielen Dank.